so meine freunde so sieht meine feuerwerchkiste aus hier noch ein paar feuerfalken hier noch ein paar pyropeitschen schöne pyropeitschen die leslie glaube ich big whoppers also crackling bälle denn hier so ein silber vulkan hier noch feuerfalken magic spin ball haufen klingkram hier ist noch ein vulkan silberfunden sind noch reibkopf abel mit vorschlag von nico noch ein feuerfalken ich habe noch ein bisschen klingkram hier dann hier die jumping jack von lässt die glaube ich sind das so sieht meine feuerwerkskiste noch aus das ist alles was ich jetzt hier noch habe